Gevelsberg ist eine Stadt mit rund 31.000 Einwohnern im südlichen Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen, Deutschland. Sie gehört dem Ennepe-Ruhrkreis an. Geografie Die geografische Lage Gevelsbergs ist 7 Grad 20 östliche Länge und 51 Grad 19 nördliche Breite. Das Stadtgebiet umfasst eine Fläche von 26,27 Quadratkilometer. Die größte Nord-Süd-Ausdehnung beträgt 7,1 Kilometer und die größte West-Ost-Ausdehnung 7,15 Kilometer. Die Höhendifferenz innerhalb des Stadtgebiets beträgt etwa 200 Meter. Die tiefste Stelle liegt an der Ennepe bei Vogelsang mit 131,5 Meter ü. NN Die höchste Stelle am Hageböhrlinger Kopf mit 336,36 Meter ü. NN Kulturgeografisch befindet sich Gevelsberg in einer Übergangslage zwischen dem Ruhrgebiet im Norden sowie Sauerland und Bergischem Land im Süden. Naturräumlich gehört das Stadtgebiet zum Süderbergland innerhalb des rechtsrheinischen Schiefergebirges. Im Raum Gevelsberg wird das Süderbergland in mehrere Untereinheiten gegliedert. Weite Teile des nördlichen Stadtgebiets zählen zum niederbergisch-merkischen Hügeland. Das Stadtzentrum und Bereiche entlang der Ennepe werden zum märkisch-sauerländischen Unterland gerechnet. Der Bereich des Gevelsberger Stadtwalls im Südosten zählt zum märkischen Oberland. An der Grenze zu Schwemm gehört ein geringer Teil des Stadtgebiets zu den bergischen Hochflächen. Kulturlandschaftlich zählt das gesamte Stadtgebiet zum niederbergisch-merkischen Land. Stadtgliederung in ihrem heutigen Umfang besteht die Stadt seit der kommunalen Gebietsreform am 1. Januar 1970. Damals wurden durch das Gesetz zur Neugliederung des Ennepe-Ruhrkreises die bis dahin Selbstständigen, dem Amt Vollmerstein zugehörigen und nördlich von Gevelsberg liegenden Gemeinden Asbeckberge und Silschede, mit Ausnahme kleiner Randgebiete, die zu den Städten Wetter und Sprockhövel kamen in die Stadt Gevelsberg eingemeindet. Im Zuge der Gebietsreform wurden desweiteren geringe Teile von Hasslinghausen und Linderhausen in die Gemarkungen Gevelsberg und Asbeck eingegliedert. Vor der Gebietsreform besaß Gevelsberg eine Fläche von 11,26 Quadratkilometer. Seit der Gebietsreform von 1970 umfasst die Katasterfläche der Stadt 26,27 Quadratkilometer. Sie ist in vier Gemarkungen mit insgesamt 44 Fluren unterteilt. Die heutigen Gemarkungsgrenzen entsprechen weitgehend den bis 1969 gültigen Gebietsgrenzen der ehemaligen Stadt Gevelsberg und der drei alten Gemeinden. Verwaltungstechnisch ist die Stadt Gevelsberg seit 1970 in vier Stadtteile gegliedert, zu denen jeweils mehrere Ortslagen gehören, die h. unterschiedliche Siedlungsbereiche wie Stadtviertel, Weiler oder Einzellagen. Die direkten Nachbarstädte von Gevelsberg sind im Osten die kreisfreie Stadt Hagen sowie weiter im Uhrzeigersinn Ennepetal, Schwelm, Sprockhövel und Wetter als Nachbarstädte im Ennepel-Ruhr-Kreis. Geschichte Erste Spuren menschlichen Lebens auf dem heutigen Gevelsberger Stadtgebiet stammen aus der Steinzeit. Der Ort Gevelsberg ist aus der früheren Bauerschaft Meilinghausen hervorgegangen. Urkundlich erwähnt wurde Melinchusen erstmals am 13. Dezember 1096. In dieser Urkunde überließ der Erzbischof von Köln dem Kloster von Siegburg unter anderem einen Hof in Meilinghausen. Aufgrund der Endung des Namens auf Inghausen wird angenommen, dass der Name Meilinghausen und damit die Besiedlung aus dem 9. Jahrhundert stammt. 1102 musste Friedrich von Westfalen die Hälfte seiner Grafschaft an den Erzbischof von Köln abtreten. Zu dem abgetretenen Teil, mit dem die Edelherren von Vollmarstein belehnt wurden, gehörte auch das Gebiet um Gevelsberg. Ab 1180 wurden die Erzbischöfe von Köln als Herzöge von Westfalen auch weltliche Herrscher über Gevelsberg. Bekannter wurde Gevelsberg 1225, denn am 7. November des Jahres wurde in einem Hohlweg am Hang des Gevelsbergs der Reichsverweser und Kölner Erzbischof Engelbert Graf von Berg, von dem Sohn seines Vätters dem Grafen Friedrich von Isenberg, überfallen und erschlagen. Am vormaligen Tatort wurde etwa um 1230 zur Sühne ein Zisterzienserinnenkloster errichtet, das die Keimzelle der heutigen Stadt wurde. Ab 1324 gehörte Gevelsberg zur Grafschaft Mark. Ab 1577 wurde das Zisterzienserinnenkloster in ein freiweltliches adeliges Damenstift umgewandelt. Es bestand bis 1812 als es unter Napoleon aufgelöst wurde. 1609 kam Gevelsberg unter die Herrschaft des Kurfürsten von Brandenburg, der die Grafschaft Mark erbte, da die Erbteilung auf Schwierigkeiten stieß. Er folgte bis 1614 eine gemeinsame Verwaltung der Grafschaft Mark mit dem Herzog Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neuburg. Nach 1614 gehört Gevelsberg nur noch zu Brandenburg. 1805 also kurz vor Aufhebung des Klosters durch napoleonisches Dekret, wurde noch das repräsentative Schieferhaus im Stift 6 im Stil des Klassizismus für die Äbtissen fertiggestellt. Während der napoleonischen Besatzung der Jahre 1807 zu 1813 gehörte Gevelsberg zum Großherzog Thunberg. 1815 wurde die preußische Provinz Westfalen geschaffen, zu der Gevelsberg fortan gehörte. Am 1. Mai 1867 wurde die Landgemeinde Meilinghausen offiziell in Gevelsberg umbenannt. Am 1. Februar 1886 wurden Gevelsberg aufgrund der Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen vom Kaiser Wilhelm I., als König von Preußen die Stadtrechte verliehen. 1889-1890 wurde in Gevelsberg eines der ersten kommunalen Elektrizitätswerke in Deutschland errichtet. Als zweite Stadt in Deutschland führte Gevelsberg eine elektrische Straßenbeleuchtung ein. Das Aufblühen der kleinindustriellen Wirtschaft ließ die Bevölkerungsanzahl im 19. Jahrhundert stark ansteigen. Zahlreiche Wohnhäuser, Fabrikantenvillen und Fabrikanlagen entstanden in dieser Zeit, die das Stadtbild noch heute prägen. Nach der Reichspogromnacht 1938 wurden die jüdischen Bürger in der folgenden Zeit verschleppt. Fedor und Johanna Rosenthal, die ein großes Textilkaufhaus in Gevelsberg betrieben, kamen im KZ Sachsenhausen und Ghetto Theresienstadt um. 1946 wurde Preußen aufgelöst und Gevelsberg gehört seitdem zum Land Nordrhein-Westfalen. Im nördlichen Gevelsberger Stadtteil Silschede gab es schon früh, vermutlich ab Mitte des 15. Jahrhunderts, Bergbau. Wie in den Nachbargemeinden Wetter und Sprockhövel streichen dort die ältesten Flötze der Steinkohle an der Erdoberfläche aus. Erstmals urkundlich belegt ist der Abbau für 1641. Um diese Zeit gab es bereits einen alten Stollen in einem vor langer Zeit verlassenen Kohlenbockwerk. In dieser Gegend bauten die Zechen Dachsloch, Fuchsloch und Grevelsloch auf den Flötzen Breitebank, Schmalebank und Streben. Aus diesen Zechen entwickelte sich die Zeche Dachs- und Grevelsloch. Der Hauptförderschacht war der Schacht Rudolf. 1871 wurde die Zeche Dachs- und Grevelsloch von der Zeche Deutschland übernommen. Im Jahre 1849 erbaute die Zechetrappe in Silschede ihren neuen Tiefbauschacht Förster. 1925 wurde dieses Bergwerk geschlossen. Nach dem Krieg gab es noch einzelne Zechen, die aber auch nach wenigen Jahren aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen wurden. So wurden zum Beispiel auf der Kleinzeche Wilhelmsfreude in den alten Kohlenfeldern Restbestände abgebaut. Im Süden und im Norden Gevelsbergs gab es unbedeutende Eisenmerzvorkommen. Politik Gemeinderatbürgermeister 1886 zu 1911 Fritz Knippschild 1911 zu 1919 Walter Leinberger 1919 zu 1929 Hermann Müller 1930 zu 1933 Konrad Rappold 1933 Heinrich Hanholz 1933 zu 1945 Günther Albitz 1945 Hermann Hussmann 1945 zu 1961 Gustav Trost 1961 zu 1991 Helmut vom Schem 1991 zu 2004 Klaus Solmecke Seit 2004 Klaus Jakobi Von 1946 bis zur Zusammenlegung der Funktion des Stadtdirektors mit der des Bürgermeisters im Jahre 1996 standen an Spitze der Stadtverwaltung folgende Stadtdirektoren 1946 zu 1969 Erich Blumenroth 1969 zu 1981 Gerhard Borgemeister 1981 zu 1996 Volker Stein Das historische Gewitzberger Stadtwappen war der Stadtdurcherlass des preußischen Innenministeriums vom 9. März 1903 verliehen worden Auf einem goldfarben grundierten rechteckigen Schild mit unten abgerundeten Ecken erhebt sich über einem grünen Hügel ein roter, von drei Rundbogenfenstern durchbrochener Backsteingiebel Im Zentrum des Wappens befindet sich auf einem goldenen Herzschild ein schwarzes Kamerad Aus diesem ursprünglichen Stadtwappen wurde Mitte der 1950er Jahre das aktuelle Gewitzberger Stadtwappen entwickelt Das seither bei allen offiziellen Anlässen verwendet wird Am oberen Rand angebracht ist hier zusätzlich eine dreitürmige, sandsteingrauen Mauerkrone mit einem geschlossenen Stadttor unter dem Mittelturm Das Abzeichen der Stadtrechte Das zentrale Herzschild mit dem Rad als Zeichen der Industrie ist hier farbig in das Rot des Gebäudes aufgenommen Gefelsberg hat drei Partnergemeinden Vendome ist eine französische Kleinstadt mit etwa 17.000 Einwohnern, die im Departement Loareche in der Region Centerwalde Leure liegt Die Partnerschaft besteht seit 1973 Sz. Potowa ist eine polnische Stadt mit etwa 12.000 Einwohnern, die zur Wojewodschaft Lebus gehört Der Ort liegt im ehemaligen Niederschlesien rund 50 Kilometer entfernt von der deutsch-polnischen Grenze bei Cottbus Die Partnerschaft besteht seit dem 17. Mai 1996 Butera ist eine italienische Gemeinde mit rund 5.000 Einwohnern im südwestlichen Sizilien Knapp 1.000 Italiener in Gefelsberg haben ihre familiären Wurzeln im Dorf Butera oder der umliegenden Region Calzaneceta Die Partnerschaft zur Erkunde wurde am 8. Mai 2004 unterzeichnet Kultur und Sehenswürdigkeiten An der zentralen Hauptstraße der Stadt Gefelsberg, Mittelstraße 86 88, liegt das Bürgerzentrum Der Sitz des Volkshochschulzweckverbandes Ennepe Ruhr-Süd Durch Seminare und Veranstaltungen trägt die VHS zur Weiterbildung der heimischen Bevölkerung bei Außerdem haben im Bürgerzentrum mehrere Vereine eigene Räumlichkeiten Gefelsberg zeichnet sich darüber hinaus durch ein reges Kulturleben aus, das indes von den Bewohnern der Stadt im Wesentlichen selber organisiert wird Das Kulturerleben der jüngeren Einwohner wurde in den letzten Jahren insbesondere vom neuen Gefelsberger Kulturverein geprägt Anspruchsvolles Programmkino bietet regelmäßig Filmriss Die Konzertgesellschaft Gefelsberg organisiert ein Programm klassischer Musik Bauwerke in der Stadt gibt es etliche historische Bauwerke von denen über 100 unter Denkmalschutz gestellt wurden Hauptartikel Zu den Baudenkmälern gehören unter anderem das Gut Rochholz in Berge, die Evangelische Erlöserkirche und mehrere noch erhaltene ältere Häuser im Stift- und Klosterviertel In Silschede sind noch über Reste der Trasse der ehemaligen von Friedrich Harkort gegründeten Schlebusch-Harkorter Kohlenbahn, die auch als Silscheder Kohlenbahn oder Hasper Kohlenbahn bezeichnet wird, zu sehen Die Trasse führte vom Schlebuscher Revier zur Hasperhütte Denkmalgeschütztes Haus zum alten Postwagen in der Mittelstraße Denkmalgeschütztes Eckgebäude an der Mittelstraße Denkmalgeschützter Stephansbachtal Viaduk der stillgelegten Bahnstrecke Wittenschwellen Denkmalgeschützter Kronertunnel Im 20. und 21. Jahrhundert wurden mehrere Stadtherneuerungs- und Stadtentwicklungsmaßnahmen umgesetzt bzw. begonnen Ende der 1990er Jahre wurde zum Beispiel das an der Hagener Straße gelegene Ensemble der ehemaligen Kornbrenner Einiedernberg und Krüner zu einem Begegnungszentrum umgebaut Das Gevelsberger Stadtzeichen auf der Ennepe-Brücke im Stadtzentrum wurde 1989 von dem Künstler Janusz Heiduk-Gubalke geschaffen Die Realisierung des Projektes war unter anderem durch die großzügige Spende des Metzens Vasylseniv, der in Gevelsberg eine neue Heimat gefunden hatte, möglich Auf dem Stadtzeichen ist eine Brossetafel mit dem Satorquadrat eingelassen Zielsetzung war es zeitgenössische Kunst ins Stadtbild einzubringen Neben diesem Objekt gehören auch die Zeitschichten des Japaners Yoshiaki Watanabe am Lusebrink zum Gesamtprojekt Zu den Großbauwerken jüngeren Datums gehört der 540 Meter lange Straßentunnel Engelbad-Tunnel im Stadtzentrum Er wurde am 3. Dezember 2007 für den Verkehr freigegeben Der Ennepe-Bogen eine ehemalige Industriebrache auf der auch das Gevelsberger Elektrizitätswerk stand wurde Beziehungsweise wird derzeit noch in einen Wohn- und Freizeitbereich umgestaltet Die Abbrucharbeiten wurden im August 2006 begonnen Neues Dorf am Hagebölling Gevelsberger Stadtzeichen Engelbad-Tunnel Neue Sparkassenterrasse im Ennepe-Bogen Sport das Schwimmen ist ein modernes Sport- und Freizeitbad, das im Jahre 2011 umgebaut wurde Es verfügt über ein Erlebnisbecken, vier Riesenrutschen und eine großzügige Saunalanschaft im afrikanischen Stil Das Stadion Stephansbachtall wurde im Rahmen der vergeblichen Bewerbung als Trainingsstandort für die Fußball-WM 2006 in den Jahren 2004 bis 2006 modernisiert Es verfügt über einen Echtrasen- und ein Kunstrasenplatz und das FSV Gevelsberg wäre ins Heim Der Erlebnispark Gevelsberg ist eine kommerzielle Freizeitanlage für Kinder, die aus dem ehemaligen Kruner Gustallwerk am Krunertunnel an der B7 entstanden ist Nach einjähriger Planungs- und Bauzeit wurde der Erlebnispark 2005 mit etwa 5000 Quadratmeter Hallenfläche zu einem der größten Hallenspielplätze im Ruhegebiet Die HSG Gevelsberg-Silschede ist der höchstklassige Sportverein und spielt in der Handball-Oberliga Westfalen Die Heimspiele werden in der Sporthalle West ausgetragen Regelmäßige Veranstaltungen einen traditionellen Höhepunkt im Stadtleben stellt die alljährlich am letzten Juni-Wochenende seit 1934 stattfindende Gevelsberger Kirmes dar Die schrägste Kirmes Europas wird vom Gevelsberger Kirmesverein und zwölf Kirmesgruppen organisiert Im Stadtzentrum entlang der Mittelstraße und der Elberfelder Straße werden zur Kirmes zahlreiche Fahrgeschäfte, aber auch Getränkestände der heimischen Vereine aufgebaut Höhepunkt der Veranstaltung ist der sonntägliche Kirmeszug, der jährlich von über 50.000 Zuschauern besucht wird Zwischen der Kirmesgruppe Mühlenhemmer des Gevelsberger Kirmesvereins und der Kirmesgemeinde Rimbach der Mühlhäuser Kirmes besteht eine Partnerschaft Ebenfalls traditionsgebunden sind Veranstaltungen in der Fußgängerzone wie das Quellenfest erstmals 1988 und zuletzt 2008 Das Quellenfest wurde 2009 aufgrund der neu gestalteten Mittelstraße, sie ist jetzt verkehrsberuhigte Zone in Boulevard Gevelsberg umbenannt Es findet jeweils am Himmelfahrtswochenende statt Weitere regelmäßige Veranstaltungen sind Internationales Gitarrenfestival in der Woche vor Ostern Weihnachtsmarkt Silschede am 1. Adventswochenende Weihnachtsmarkt im Zentrum von Gevelsberg am 2. Adventswochenende Musikfestival Dickes G am letzten Samstag der Sommerferien Wirtschaft und Infrastruktur Unternehmen Die mittelständisch geprägte Industrie Gevelsbergs hat sich bis in die Gegenwart als anpassungsfähig erwiesen Nach dem Zweiten Weltkrieg der hier nur vergleichsweise geringe Schäden anrichtete zeigte sich dass die Stilllegung großer Inzwischen konzernabhängiger Betriebsstätten und der Rückgang der Industrie beschäftigten auch Gevelsberg nicht verschonte Größere in der Stadt ansässige Unternehmen sind ABC Umformtechnik GmbH & Co. KG Eine Tochtergesellschaft von Altenloh, Brink & Co. AVU Aktiengesellschaft für Versorgungsunternehmen Paul Pferd Pedinghaus GmbH Reugschwimmbadeinrichtungen Stadtsparkasse Gevelsberg Titan Intertractor Vollmann Group Ehemalige Unternehmen Bauknecht Jacko Jellinghaus GmbH Im Stadtzentrum entlang der B7 und in geringerem Umfang in den Stadtteilen bestehen diverse Einkaufsmöglichkeiten Ein Wochenmarkt findet vormittags jeden Mittwoch und Samstag auf dem Wendomeerplatz statt Mit lokalen Inhalten erscheinen in Gevelsberg die Tageszeitung Westfälische Rundschau sowie die Anzeigenblätter WRP und Wochenkurier Im Bereich Hörfunk gibt es Radio Enneperur, ein Lokalsender von Radio NRW Beim Fernsehen gehört Gevelsberg zum Redaktionsgebiet des WDR Studios Dortmund ÖPNV Gevelsberg liegt an mehreren Bahnstrecken Die bedeutendste davon ist die Bahnstrecke Düsseldorf, deren Dorf Dortmund-Süd Hier liegen die Stationen Gevelsberg, Knapp, Gevelsberg-HBF und Gevelsberg-Kipp Welche an die S8 nach Hagen und über Wuppertal und Düsseldorf nach Mönchengladbach angebunden sind Auch wenn man den Gevelsberger Hauptbahnhof gerne den kleinsten Hauptbahnhof der Bundesrepublik nennt Ist er nach strenger Definition nicht einmal ein Bahnhof, sondern ein Haltepunkt, da sich dort keine Weiche befindet Eine weitere Bahnstrecke ist die Ennepertalbahn, diese Strecke wird allerdings nur von Museumszügen befahren Auf der Bahnstrecke Witten-Gevelsberg-Schwemm wurde der Personenverkehr zum 30. November 1979 eingestellt Die Strecke ist weitgehend abgebaut Des Weiteren befindet sich der Bahnhof Ennepertal an der Bahnstrecke Elberfeld-Dortmund Dieser trägt Gevelsberg im Namen, obgleich er vollständig auf dem Stadtgebiet der Stadt Ennepertal befindet Da der alte Bahnhof Gevelsberg seit 1963 stillgelegt ist Gevelsberg gehört zum Tarifgebiet des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr Außerdem gilt der Tarife der Verkehrsgemeinschaft Ruhrlippe für Fahrten in deren Gebiet Der Tarife des Verkehrsverbund Rhein-Sieg kann als Übergangstarif bis Köln benutzt werden Ein Autobahnanschluss besteht über die Bundesautobahn 1 und den Bundesstraßen 7 und 234 und den Landesstraßen 527, 666, 702, 891 In der Stadt gibt es mehrere Schulen Sechs Grundschulen sind übers Stadtgebiet verteilt Das Schulzentrum West im Gevelsberger Ortsteil Frielinghausen beherbergt die Hasencleverschule eine Förderschule, die Hauptschule Gevelsberg und das städtische Gymnasium Gevelsberg Die städtische Realschule Gevelsberg liegt nordöstlich des Stadtzentrums Weitere Bildungseinrichtungen sind die Volkshochschule Enneper-Ruhr-Süd und die städtische Musikschule sowie die private Malschule Maltomal Persönlichkeiten, Söhne und Töchter der Stadt Folgende Persönlichkeiten wurden in Gevelsberg geboren oder leben in Gevelsberg Hans-Jürgen Abromeit Bischof der Pommerschen Evangelischen Kirche Ulrich Atrian Journalist ARD Korrespondent Remigius Bäumer Katholischer Theologe Alfred Birnschein 13. November 1990 in Gevelsberg Maler, Grafiker und Kunsterzieher Michael Kramer, Politiker, Mitglied des Europäischen Parlaments Dorothea Fischer, Künstlerin Rüdiger Frohn, Jurist, Chef des Bundespräsidialamtes Norbert Gall-Innes, Fernschachspieler Otto Götze, Namensgeber des Otto-Götze-Preises für chirurgischen Nachwuchs Sabine Heben-Streitmüller, deutsche Erziehungswissenschaftlerin Elisabeth Hönnen, Sängerin an der Semper-Oper in Dresden Professorin an der Wiener Musikakademie Bertoppe, Historiker, Journalist und Verlagslektor Josef Horn, Maler Sia Korthaus, deutsche Kabarettistin und Schauspielerin Ernst Krukowski, Opernsänger an der Deutschen Oper Berlin Arthur Kulling, Konzertmeister, Dirigent, Komponist, Präsident der Deutschen Johann Strauß-Gesellschaft, Träger des Bundesverdienstkreuzes Ralf Kulling, Leiter des Alt-Wiener Strauß-Ensembles Stuttgart, Inhaber des Audio-Vielen-Klassik-CD-Labels Edition HERA Heinz Lohmann, Konzertorganist Jochen Lukat, Kunsthistoriker und seit 1990 Direktor des Herzog-Anton-Ulrich-Museums in Braunschweig Walter Oettinghaus, sozialistischer Politiker und Gewerkschafter, Reichstagsabgeordneter 1920-1924 und 1930-1933 Alexandra Popp, Fußballspielerin Uwe Post, Autor Ulrich Sam, Lehrstuhlinhaber für Plasmaphysik in Düsseldorf, Jülich Werner Schlöhmann war Rektor der Hochschule Konstanz von 1939 bis 1945 und 1958 bis 1966 Mike Schott, Jazzmusiker Peter Stangier, Politiker Klaus-Peter Thaler, Radrennfahrer, mehrfacher Amateur und Profi-Weltmeister Heinrich Theodor Vierhaus, Leiter des Lehrstuhls Technische Informatik an der Universität Kuttbus Klaus Weiß, Jazz Schlagzeuger, Ernst Weisenfeld, Buchautor und Frankreich-Korrespondent der ARD und des WDR in Paris Ehrenbürger Fritz Knippschild, Bürgermeister der Stadt Gevelsberg, gemäß Beschluss vom 6. September 1910 Danach hat die Stadt Gevelsberg keine Ehrenbürger mehr ernannt Die eingemeindeten Gemeinden Asbeck, Silschede und Berge hatten vor der Eingemeindung Ehrenbürger ernannt Die heute als Gevelsberger Ehrenbürger gelten Dies sind Karl Hebi, Bürgermeister der Gemeinde Asbeck, gemäß Beschluss vom 12. Februar 1965 Friedrich Külpmann, Bürgermeister der Gemeinde Silschede, gemäß Beschluss vom 7. Mai 1969 Fritz Große Oetringhausen, Gemeindevertreter der Gemeinde Silschede, gemäß Beschluss vom 7. Mai 1969 Walter Behle, Bürgermeister der Gemeinde Berge, gemäß Beschluss vom 15. Juli 1969 Leih, Bürgermeister der Gemeinde Silschede, gemäß Beschluss vom 15. Juli 1969 Leih, Bürgermeister der Gemeinde Silschede, gemäß Beschluss vom 15. Juli 1969 Untertitelung des ZDF, 2020